Ich bin verirrt, entkräftet. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Freitag, 5.45 Uhr. Auf geht's zum Skifahren in die Alpen. Als erstes hole ich meinen lieben Matze ab und dann geht's auf die Autobahn. Endlich angekommen in Flachau. Matze, was sagst du? Großartig. Heute ist ein großer Tag. Wir werden jetzt hier mal den Holländern zeigen, wie man Skifährt. Genau. Die können was lernen von uns. Die werden wir herfahren. Der Lieblings-DKZ Das Wetter perfekt und wir freuen uns schon auf einen riesige geilen Skitag in Zauchensee. Oh, fuck. Tja, Tja, Tja. Ich bin in einer extrem kritischen Lage, ich bin verirrt, entkräftet, es hat minus 15 Grad, der Wind weht, ich habe keine Ahnung wo ich bin, neblig ist es, sehen tut man nichts, keine Ahnung ob das gut geht, weiß nicht wie ich da wieder rauskomme, ah, Skihütte! Ich bin disorderlos, ich habe keine Ahnung ob das gut geht, dass ich so ziemlich gut bin, Das war's für heute.